Kurz informiert bei heise online mit der synthetischen Stimme von Isabel Grünewald Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich persönlich für ein Cloud-Projekt von SAP und Microsoft eingesetzt. Er informierte die Ministerpräsidenten der Bundesländer über das Angebot und appellierte an die Länderchefs, eine Zusage für die Nutzung der Cloud abzugeben. Damit blitzte er jedoch ab. Vor allem Schleswig-Holstein und Thüringen kritisierten das Projekt. Sie sehen die Souveränität eines Staates in Gefahr, wenn proprietäre Software wie die von Microsoft genutzt werde. Nach dem Ende des sogenannten Nebenkostenprivilegs, bei dem Mieter die TV-Kosten über die Nebenkosten zahlen mussten, sorgt nun ein neues Vorgehen von Vermietern und Fernsehanbietern für Unmut. Die Verbraucherzentrale NRW wirft dem Wohnungskonzern LEG und Netzbetreiber Netcolon vor, Mietern Verträge unterzuschieben und damit rechtswidrig zu handeln. Beide Firmen hätten Schreiben an Mieter geschickt, denen zufolge die Mieter automatisch einen Endnutzervertrag bekommen. Die Verbraucherschützer sehen hierin einen Verstoß gegen das Gesetz, da die aktive Zustimmung des Mieters nötig ist. Die Deutsche Bahn hat während der Fußball-Europameisterschaft ihre Infrastruktur an die Belastungsgrenzen gebracht. Die Bahn musste Kritik einstecken, da das Bahnnetz überlastet und in die Jahre gekommen ist. Auch Mannschaften blieben auf der Strecke und kämpften mit Komplikationen bei der Anreise mit dem Zug. Bahnvorstand Berthold Huber machte diesbezüglich Zugeständnisse, eine Sanierung sei nicht nur unumgänglich, sondern überfällig. Während der EM waren mit 410 Fahrzeugen die gesamte ICE-Flotte unterwegs. Zahlreiche Sonderzüge kamen hinzu. Die Fußball-Europameisterschaft hat den Mobilfunk-Traffic bei den deutschen Providern beflügelt. Die Deutsche Telekom, Vodafone und O2-Betreiber Telefonica verzeichneten vor allem bei den Spielen der deutschen Nationalmannschaft Höchstwerte. Im Telekom-Netz wurden während der laufenden EM bundesweit rund 260 Millionen Gigabyte an Daten transportiert. Bei Vodafone liefen in den 15 Minuten nach einem umstrittenen Handspiel mehr Daten durch das Netz als je zuvor. 175 Terabyte in einer Viertelstunde. Ein US-amerikanisches Forschungsteam hat einen Raumanzug mit Filtersystem entwickelt, das Urin trinkbar machen kann. So soll sowohl ein Hygieneproblem als auch das Problem des Wassermangels bei längeren Außenmissionen im Weltraum gelöst werden. Das Verfahren verspricht eine 99-prozentige Reinheit des Wassers, bei einem geringen Energieaufwand. Das System ist allerdings noch nicht weltraumtauglich und muss unter anderem noch unter Schwerelosigkeit getestet werden. Diese und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de.